Hey Leute, hier ist Sanakon und Pokémon bleibt grün. Während ich den letzten Part beendet habe, habe ich mich nochmal überall umgesehen und habe auch was gefunden. Also geht einfach wieder zurück zu Island 6 und folgt dem Wasserweg hier nach oben. Und da kann man nach oben surfen. Was genau da ist, weiß ich nicht, aber sollten wir mal untersuchen. Ähm, wir brauchen wahrscheinlich auch Zerschneider. Ähm, deswegen habe ich Rihorn abgelegt und mein Parenter geholt. Ja. Wenn ich mich nicht täusche, ist Lantorn ja an Wasser und Elektro-Pokémon, also vom Typ her. Aber ich glaube trotzdem, wenn ich das mit einer Elektro-Tacke angreifen würde, es würde was abziehen. Also viel, weil es ja gleichzeitig auch Wasser-Pokémon ist. Ach, Krokodabra. Ich komme hier nicht so auf Verwirrung. which acab Art Megan? Ich komme hier nicht so auf und so auf. Ich komme hier nie. Ich komme hier nicht so auf! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ok... Grüner Pfad? Gibt's da auch noch was anderes? Ich geh einfach in grün Pfad rein. Muster, Busch, Wald... Das Schlauste wäre hier einfach... Warte mal... Ich glaube Kampfertank waren gegen... Komm ich jetzt auf Käfer, Pflanzen, keine Ahnung... Ja, aber ich glaube Kampfertank waren sehr effektiv, wenn ich mich da nicht irre, aber werden wir ja sehen... Ja... 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 Oh... Ich glaube, ich glaube, dass ich mein Polenta mitgenommen hab. Weil wie es das hier aussieht, brauchen wir auch einen Zerschneider. Also wir sind im Wald. Ein Skarabow. Weil es ja selber Kampf-Pokémon. Ja, weil mir jetzt ich das so fehl habe. Das ist so unfair. Oh Mann. Tschüss. Bye-bye, Skarabon. Kann man sich eigentlich jetzt auf den Gras den Skarabon irgendwie fahren? Wäre ja geil. Ein Ladybug. Ein Ladybug. Das ist mal ausgerastet. Das geht mir jetzt schon auf die Nerven. Okay. Charnera, was ist das nochmal für ein Typ? Weiß ich nicht. Ich glaube normal. Keine Ahnung. Ich werde dich K.O. machen. Okay. Stuuuup. Okay. Okay. Ähm, ah, da ist es da noch jemand. Ähm, ah, da ist es da noch jemand. 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 Und ja, ciao.